800 Watt vertikale Windkraftanlage 12 Volt 24 Volt Windgenerator Komplett Set mit Laderegler Kontrollersystem Elektromagnetismus Windgeschwindigkeit gestartet 1,5 Meter pro Sekunde Einschaltwindgeschwindigkeit 2,8 Meter pro Sekunde Nennwindgeschwindigkeit 13 Meter pro Sekunde maximale Windgeschwindigkeit 40 Meter pro Sekunde die momentane maximale Windgeschwindigkeit 45 Meter pro Sekunde Anzahl der Klingen 3 Rotordurchmesser der Blätter 0,7 Meter Geschwindigkeitsregulierung Der Wind passt sich automatisch an Nennspannung 12,24 48 V Nennleistung 800 W Generatorschutzgrad Ip 65 Arbeitsumgebungstemperatur 25 plus 4,5 Überdrehzahlschutz Elektromagnetische Bremsemerkmal Geringe Vibration Niedrige Anfangswindgeschwindigkeit Klingenmaterial Fiberglas Generator Maglev Generator Entwurfslebensdauer 1015 Jahre Paket beinhaltet 1x Vertikaler Windturbinen Generator 3x Fiberglasklingen 1x MPPT Laderegler 1x Ringflanschbrems Und Anbausätze Preis etwa 659,99 Euro V König 11emin останbar 1180 1230 2360 1190 1280 1380 1680 1580 1480